Sie haben vielleicht schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass in Ihrer Beziehung etwas nicht stimmt. Vielleicht streiten Sie sich sehr häufig mit Ihrem Partner, vielleicht haben Sie keine Sexualität, keine Nähe, keine Zärtlichkeiten. Vielleicht fehlt einfach der Kitt in Ihrer Beziehung. Zögern Sie nicht. Rufen Sie mich an. Ich stehe Ihnen mit meinem gesamten Wissen und mit meiner Ausbildung zur Verfügung. Ich berate Paare hier in Köln mit ungefähr 1000 Beratungsstunden im Jahr und ich stehe auch Ihnen gerne zur Verfügung. Ich bin Georg Krause. Ich betreibe diese Praxis Lebenskonzepte Köln im Kölner Stadtteil Ensen. Schwerpunkt Ehe- und Paarberatung, Familienberatung, Sexualberatung. Wenn Sie ein Problem haben, zögern Sie nicht. Rufen Sie mich jetzt an. Sie haben den ersten Schritt getan und haben sich dieses Video angeschaut. Rufen Sie jetzt sofort an. Wir vereinbaren schnellstmöglich einen Termin für Sie. Ihr Georg Krause. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017